Unsere Gesundheitsdaten begleiten uns das ganze Leben. Und über die Zeit kommt da einiges zusammen. Mal sind es weniger und mal mehr. Mit der EPA erhalten wir nun endlich einen Platz, wo alle persönlichen Gesundheitsdaten ein Zuhause finden. Hier können wir unsere Gesundheitsdaten ganz praktisch und sicher aufbewahren. Und genauso wie unsere Gesundheitsdaten begleitet uns auch die EPA ein Leben lang. Und das natürlich auch beim Wechsel der Krankenkasse. Bis zum nächsten Mal.